Und wieder einmal wurde die beliebteste Airline gewählt. Das Portal eDreams wertete mehr als 70.000 Kundenbewertungen aus und konnte somit die Beliebtheitsskala der Airlines festlegen. Turkish Airlines konnte den Platz 1 bereits zum zweiten Mal hintereinander für sich einnehmen. Laut den Kundenbewertungen gilt Turkish Airlines also als die beliebteste Airline der Welt. Bewertet werden unter anderem Komfort, Check-In, Service an Bord sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf Platz 2 steht übrigens Emirates, gefolgt von Asian Airlines. Die Lufthansa schafft es nicht in die Top 10.